Wir danken allen Dresdner, die heute wieder erschienen sind, trotz eises Kälte, widriger Bedingung. Allen Freunden aus den anderen Bundesländern, die besprechen uns ein Haus für den Landkreis. Wir alle hier in Dresden würden uns sehr freuen, wenn die anderen Pegida-Demos in Berlin, in Köln und so weiter, auf und stattgegangen sind, ohne Krawalle, ohne...